Herzlich willkommen zu diesem Visualisierungskurs. Unsere Welt ist enorm visuell geprägt. Täglich begegnest du tausenden von Bildern. Bilder lassen sich in unserem Hirn wesentlich leichter verarbeiten als abstrakte Informationen. Und deshalb bleiben sie auch besser im Gedächtnis haften. Wenn du also lernst, deine Gedanken visuell festzuhalten, so kannst du anderen Menschen helfen, dich besser zu verstehen. Das Visualisieren ist nicht wirklich eine Kunst. Es braucht einfach sehr viel Übung. In diesem Kurs lernst du einfachere Techniken kennen, mit denen du wirkungsvolle Plakate gestalten kannst oder eben bei einem Vortrag beispielsweise das Gehörte visuell festhalten kannst. Das Ziel ist also nicht, irgendwelche Kunstwerke zu produzieren, sondern vielmehr mit einfachsten Mitteln in möglichst kurzer Zeit das Wichtigste visuell festzuhalten. Ich habe viele Stunden investiert, bis ich mich genug sicherer gefühlt habe. Dabei hörte ich meist Musik oder Podcasts und somit konnte ich gleich zwei Interessen miteinander verbinden. Jetzt aber ein Blick in den Aufbau des Kurses über das Inhaltsverzeichnis siehst du die verschiedenen Kapitel. Im Einleitungskapitel lernst du die Grundtechniken kennen, beispielsweise wie du auf einfache Weise Symbole oder Container zeichnen kannst. Dann lernst du Techniken kennen für die Plakatgestaltung, Tipps und Tricks, wie das Plakat wirkungsvoller aufbereitet werden kann. Und im dritten Kapitel geht es ums Sketchnoting, also das visuelle Notieren. Über diese Pfeiltasten kannst du dich durch die verschiedenen Inhalte hindurchklicken. Ein Teilkapitel wird meist mit einem Video eingeführt. Übrigens auf dem Smartphone sieht es sehr ähnlich aus. Du kannst es also auf allen verschiedenen Geräten nutzen. Eine letzte Bemerkung zum Schluss. Alle diese Seiten dieses Kurses sind ja horizontal angeordnet und manchmal ist da vielleicht nicht ganz so klar, wann das nächste Unterkapitel weitergeht. Über dieses Zahnrad-Symbol kannst du die Seiten auch anders anordnen. Hier beispielsweise in der vertikalen Ansicht, da siehst du deutlicher die einzelnen Elemente, die da untereinander kommen und hier beginnt ein neues Kapitel. Ich persönlich mag aber natürlich die Standardansicht besser, weil hier immer schön die ganze Seite ausgefüllt ist. Ja und damit ist eigentlich alles gesagt. Ich wünsche dir viel Spass und natürlich auch viel Erfolg bei deinen Visualisierungen.